380 Kilogramm Milch, 418 Fett, 344 Eiweiss, dahinter finden wir eine exzellent 90 Punkte Sierra, starke Kuhfamilie, super Typstier, starke feste Oberlinie, ihr Plus 55. Gewaltiger Jungbulle, jetzt gibt es noch eine kleine Bullenauktion, drei wunderbare Bullen, halbe Miete, eine trächtige Kuh und der Bulle ist praktisch bezahlt, das ist doch entscheidend. Wer macht die erste Aufwärte auf diesen Bullen, wer macht 1500 Euro, 1500 Euro auf den Bullen sind operiert, 1600 auf, 1600, 1600, 1600 und 1700, 1600 links, 1600 Euro, 1600 Euro links bei Mili 1600, 1600 und 1600 Euro, 1600 sind operiert, 1600 Euro auf den Jungbullen, 1600, 1600 links zum ersten, zweiten, und 1700, super starkere Bullen, nicht gesagt, wer stärker ist von den beiden, aber der Bullen ist auch stark, 1700 ja, 1700 und 1700 Euro, 1700 und 1700 Euro, 1700 Euro zum ersten, zweiten und dritten Mal 1700 bei Mili.